Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen JFD Devisenradar. Mittwoch, 18. Januar wird geschrieben. Chris Kammerer wieder an R sozusagen und heute auch aufgrund eines durchaus nett gemeinten Hinweises in meinem Stream wieder mal eine Beschau der Yen-Pairs, die ich aber ohnehin auch auf der Pfanne hatte. Insofern hier definitiv auch sehr sehr interessant, dass es hier das Statement gab. Einfach mal den US-Dollar gegenüber dem japanischen Nieren oder dann auch im Nachgang jetzt den Euro gegenüber dem japanischen Nieren in den Fokus zu nehmen. Ihr könnt es hier gleich als Starthinweis hier im Stream von mir, beziehungsweise insbesondere natürlich hier auf unserem JFD Desktop. Der wird hier rund um die Uhr auch von unserem Kundenservice, rund um die Uhr in Anführungszeichen von 8 bis 20 Uhr, auf jeden Fall 12 Stunden, hier während der Haupthandelszeiten auf jeden Fall gecovert und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr hier jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen und dann können wir natürlich auch gewisse Wünsche durchaus einmal berücksichtigen. Heute, wie gesagt, geht es um den Yen und vielmehr speziell jetzt hier bei Zubeginn um den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, den wir uns mal hier im Detail anschauen und da gab es auch vor längerem eine Analyse, die hier schon vorsah, okay, hier das Level um 116,50 ist ein Widerstandsbereich, da sind wir hier sehr sehr signifikant im Dezember durchgeschossen nach oben und dann war gut durchaus hier nicht der Weg der Fall, den wir hier damals skizziert hatten mit diesem blauen Tendenzfall, sondern mit diesem starken Anstieg hätte es hier eigentlich fast zur Tuschierung dieser Abwärtstrendlinie kommen sollen. Ja, ist kein Wunschkonzert, letztlich geschah das nicht. Schlussendlich konnte sich aber hier kein weiteres Aufwärtsmomentum entwickeln und zum Jahresende des letzten Jahres und dann eben auch in der Folge zum Jahresauftakt kippten die Notierungen nach unten, insbesondere eben hier US-Dollar schwach, Yen stark. Das sorgte im Kontext natürlich hier für diesen starken Rücksetzer und jetzt wollen wir mal versuchen, die Situation ein Stück weit einzugrenzen und da fällt eben auf, wir machen mal hier auf Wochenbasis die Fibonacci-Levels der großen Bewegung weg und gehen jetzt mal hier auf den jüngsten Impuls ein, der hier praktisch vom Tief des Sommers bis zum Hoch hier im Dezember einherrührt und da sehen wir, dass wir hier neben den Kerzenspikes nach unten vom Februar 2016 und hier diesem Upmove vom Mai einen schönen Horizontalbereich haben, der hier als Unterstützung fungieren darf und auch wahrscheinlich wird. Das heißt, grundsätzlich könnte man sich hier eine weitere Schwäche vorstellen, die sozusagen hier einen Rücklauf bis in den Bereich um 111, 111,50 zulässt. Das kann durchaus passieren, wäre dann aber auch eine völlig normale Situation des Rücklaufs. Sie sehen hier, dass es ja zum Ende des letzten Jahres mit diesem Ausbrauch aus dem Abwärtstrendkanal ein massives Aufwärtsmomentum gab und ja, die Märkte sind keine Einbahnstraße und hier bedarf es auch durchaus mal eines Verschnaufens und das scheint jetzt gerade stattzufinden und bleibt eben hier auf Sicht der Woche, auch wenn wir jetzt heute eine Erholung sehen, durchaus denkbar, dass wir hier noch weitere Rücksetzer in dem Bereich 111 sehen. Da dann abwarten, ob sich hier eine Stabilisierung abzeichnet. Wir haben hier einen Horizontalsupport, wir haben hier einen 80er, 38er Fibonacci-Level, also hier sozusagen eine Optimalkorrektur, wenn der Markt sich hier wieder stabilisiert und nach oben auftritt, dann werden sicherlich die Chancen auf der Oberseite nochmal gegeben. Aber tendenziell sieht es eben so aus, dass wir hier in diesem Bereich nochmal abdriften sollten und von dort ausgehend könnte dann aber wieder der nächste Erholungsimpuls starten. Das wäre mal hier die Interpretation des Wochenscharts. Auf Tagesbasis sieht es relativ ähnlich aus. Heute die Erholung, dann aber hier eben die Rücksetzer. Kurzfristig, ihr habt es auch gerade im Wochenschart gesehen, haben wir hier eine Horizontal-Widerstandszone, eigentlich auch eine Unterstützung mal gewesen. Mehr oder weniger, die ist jetzt durch. Und man kann eben hier interpretieren, unter 114,50 bleibt das Level 111,50. Definitiv ein interessanter Bereich. Insofern, selbst wenn wir hier hochlaufen, könnte es sich hier bei 111, 111 sage ich schon, 114,50 ein schönes Short-Engagement anbieten. Das sieht auf Tagesbasis auf jeden Fall mal sehr interessant aus und bietet eben hier Chancen, auf diesen möglicherweise weiteren Abwärts-Move zu spekulieren, um dann eben hier letztlich durchaus nochmal diese Abwärtstrendlinie zu attackieren. Hier auf Tagesbasis sehen wir sogar noch schöner, im Sinne des Versatzes der Abwärtstrendlinie und der Korrektur nach unten, dass man hier sogar schon fast von dem Erreichen der Trendlinie ausgehen kann. Also wirklich relativ schön gelaufen. Grundsätzlich jetzt aber mal abwarten, was hier im Weiteren passiert. Aufgrund der starken Rücksetzer zuletzt könnte es hier, wie gesagt, eine Erholungsbewegung geben. Und das bestätigen auch die Seasonal-Indikationen. Das heißt, hier kann es sogar rein von dem Saisonalitätscharakter her bis Mitte Februar wieder nach oben gehen. Das würde dann dafür sprechen, dass wir sogar hier möglicherweise noch einen stärkeren Erholungsimpuls sehen. Rein technisch, wie gesagt, 114,50 scheint der Deckel drauf. Gehen wir darüber, kann es auch die 116 nochmal werden. Aber ich denke, wir sollten hier auf jeden Fall nochmal ein Stück weit tiefer laufen. Das zumindest mal hier die Indikation der möglichen Chancen. Schauen wir jetzt mal auf den Euro gegenüber dem japanischen Yen. Der hängt hier so ein Stück weit auch in der Luft, auch hier kurz zu Beginn der Wochenschart. Da wurde das Widerstandslevel hier um 124,50 nicht wirklich erreicht. Hier haben wir also einen Horizontalbereich. In dieser Zone, wo wir uns jetzt aktuell wieder hinbewegen, hier um 120, 119,50, muss man sagen, hat nicht wirklich viel Reaktionspotenzial stattgefunden. Aber es sieht auch hier so aus, als könnten wir nochmal ein Stück weit zurückdippen. Diese Abwärtstrendstruktur in diesem Abwärtstrendkanal hier, das ist ja auch, wie gesagt, zum Ende des Jahres dann erst signifikant durchbrochen worden. Könnte hier sozusagen im Maximalfall einen Pullback geben. Das glaube ich aber noch nicht mal, dass der so tief zurückkommt. Ich denke, um 120, 119,50 dürfte sich hier wieder eine erhöhte Nachfrage bieten und den Euro dann sozusagen nach oben treiben. Also auch hier kurzfristig durchaus nochmal ein Dip hier in diese breite Zone. Dann könnte ich mir aber vorstellen, dass es hier nochmal eine Attacke nach oben gibt, um sozusagen dann nochmals diesen Ausbruch, den wir ja definitiv gesehen haben, zu bestätigen. So sieht es mal auf Wochenbasis aus. Und wir gehen beim Euro-Yen auch nochmal in den Intraday-Bereich. Da könnte es nämlich heute auch noch interessant werden. Aber zunächst hier Tagesbasis. Hier haben wir auch die Horizontal-Widerstandszone. Ähnelst so ein bisschen dem US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Das heißt, wenn es jetzt eine Erholung gibt, dann könnte man hier im Bereich um 122,15, hier sehr schön ableitbar aus 2016. Gut, die Ausbrüche jetzt hier zum Ende des letzten Jahres sind unoptimal, sage ich mal. Wenn hier im Bereich 122,20 sich der Preis den Kopf gestoßen hätte, dann hätten wir hier einen sehr, sehr schönen signifikanten Widerstandsbereich. Aber letztlich gab es ein Tauziehen um das Level. Jetzt sind wir da zurück. Und wenn es eben hier zu einer Erholung kommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass es genau hier um 122,20, 123 im Extrem sozusagen hier dann nochmal zu einem Move kommt. Und dann sozusagen die Zone um 119,50 etwa angesteuert wird. Also auch das hier kurzfristig die Tendenz, dass der Markt hier durchaus einen Erholungsimpuls starten könnte. Dieser aber jedoch im Zweifel dann durchaus nochmal zu neuen Tiefs führen müsste, sollte. Gut, was passiert? Wir werden sehen. Letztlich deutet es sich aktuell an und es bleibt mal gespannt zu beobachten, ob es so kommt. Für den heutigen Tag jedenfalls sieht es, Moment, wir machen mal das Fibonatstelle passend, wir nehmen es raus. So, für den heutigen Tag, und das hat der eine oder andere vielleicht schon im Stream gelesen, haben wir eine bullische Tendenz beim Euro gegenüber dem japanischen Yen. Und das macht ihn ganz interessant, da wir auch von der Range her mit bislang, jetzt muss ich nochmal kurz spicken sozusagen, 51 Pips sehr, sehr übersichtlich gelaufen sind. Das Währungspaar bewegt sich ansonsten im Schnitt so knapp 90 Pips. Das heißt, wir haben hier noch ein Stück weit was auf der Oberseite zu erwarten. Und das wollen wir uns jetzt mal im Stundenchart genauer angucken, anschauen für die Intraday-Beschau mehr oder weniger. So, zunächst der Wochentag, da haben wir heute hier ein sehr, sehr bullisches Setting in der 7 bis 22 Uhr Betrachtung. Sowohl, aber auch als in der 24 Stunden Betrachtung ist der Mittwoch der bullischste Handelstag. Und ja, das spricht hier für eine klare Sprache, 62% positiver Schlusspreise heute während der Session 7 bis 22 Uhr. Das ist eine Hausnummer. Und für alle, die das nochmal genauer wissen wollen, hier praktisch die 24 Stunden, 58 haben wir da. 58% auch der stärkste Wochentag und im Overall View sowieso mit 54%. Also Mittwoch definitiv sehr, sehr interessant und bullisch. Und dazu gesellt sich das Fuzzi-Vektor-Logik-Pattern auf bullischer Seite hier mit 166 Erscheinungen und knapp 68 oder 68% Trefferquote mit einem Hoch heute bei 113,25. Oh, Moment. Da muss ich jetzt mal das richtige Pattern anklicken. Da gab es einen kleinen Bug in der Zahlenstruktur. Ich meine, das muss 123 heißen. Ich lade das nochmal kurz neu ein, damit die Pattern auch korrekt dargestellt wissen. So, schwuppdiwupp, schwuppdiwupp. Genau, jetzt haben wir es. So, da, 121,58 wird heute als hoch orakelt. Ja, das wäre dann praktisch hier knapp vor diesem Widerstandsbereich. Tief 120,64 sind wir so ein Stück weit knapp lang gelaufen. Also es passt im Grunde genommen. Keine überragende Mega-Performance heute im Bereich 1% und Plus. Aber wir haben hier im Prinzip das Pattern 68% Trefferquote. 207 Erscheinungen und hier eben im Hoch 121,58 wird gesehen. Das heißt, gute 50 Pips, das passt auch noch in Sachen Range, sind hier möglich. Und wir haben hier bei 121,75 ein klares Widerstandslevel. Das machen wir auch jetzt direkt mal rot. Und sollte es heute ein neues Tageshoch geben, und wir sind aktuell auch schon über dem Pivot Point. Das Paar kommt derzeit nicht so richtig in Schwung. Deswegen einfach mal abwarten, ob wir hier noch mal tiefer gehen oder höher oder um den Pivot Point uns ein Stück weit stabilisieren. Sollte es aber zu einem neuen Tageshoch kommen, steigen die Chancen im Sinne des positiven Wochentages. Und auch der Fuzzi Vektor Logik, dass wir hier einen Lauf in Richtung 121,58 oder gar bis zu diesem Widerstandsbereich sehen. Und dann muss eben hier der Markt entscheiden, wie es weitergeht. Aber als kurzfristige Intraday-Beschau scheint dies sehr, sehr interessant heute. Dazu aber eben ein neues Tageshoch notwendig. Gehen wir noch mal deutlich unter den Pivot Point. Dann muss man auf der Südseite sich orientieren. Dann kann es noch mal die Asia-Tiefs geben oder sogar im Worst Case dann noch wesentlich tiefer. Aber vielleicht steuern wir dann schon direkt die 120er-Marke an. Das bleibt mal abzuwarten. Aber im Grunde genommen, das sind mal hier die Tendenzen für den Intraday-Verlauf heute beim Euro gegenüber dem japanischen Yen. Gut. Oh, ist schon wieder ein Stück weit länger geworden heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Im Prinzip Daumen hoch, wenn es so war. Ansonsten heute Nachmittag wieder das JFD-Devisional-Webinar. Und morgen wichtiger Hinweis, meine lieben Leute. Hier morgen früh der Live-Event startet. Pures Forex-Trading und Insider-Scales mit Jay und meiner Wenigkeit. Ich freue mich drauf, wenn Sie sich hier anmelden. Anmeldung noch möglich hier auf unserer JFD-Webseite über Webinare. Und dann entsprechend das Webinar auswählen. Da geht es morgen zur Sache. Freue ich mich drauf. Ab 8.45 Uhr mitteleuropäischer Zeit werden wir den Markt covern. Am Vormittag 2, 2,5, 3 Stunden. Und am Nachmittag nochmal das Gleiche. Da geht es also zur Sache. Ich freue mich drauf, wünsche Ihnen an dieser Stelle einen erfolgreichen Handelstag. Und bis spätestens heute Nachmittag, beziehungsweise aller spätestens, dann morgen. Ihr Christian Kemmerer. Und tschüss.